Dann wieder Menschliche Bioaugmentierung ist in der entwickelten Welt mittlerweile Gang und Gäbe. Das schiere Ausmaß der Katastrophe hat die Behörden überfordert. Superstürme setzen der Region zu und erschweren die Hilfsbemühungen. Es sind unsichere Zeiten. Unsere Zukunft hängt von unseren Entscheidungen ab. Mit der stetig wachsenden Bevölkerung entstehen überall auf der Welt Megastädte. Die extremen Bedingungen führten zu einem Exodus vertriebener Einwohner. VR-Basen waren heute Morgen alarmiert. Direktenergie-Antidronen-Systeme haben den Angriff sofort abgewendet. Protestierende und Einheimische gerieten einander und es gab erneut Blutvergießen. Lassen Sie sich nicht täuschen. Das ist ein neuer, kalter Krieg. Wir sehen unsere Feinde zwar nicht immer, aber sie sind da draußen. Mein Name ist Jacob Hendricks, der neue Anführer. Das ist der ägyptische Minister Said. Das NR10 haben ihn vor zwei Tagen gefangen. Nach den Aufständen in Kairo wollen sie ein Exempel an ihm statuieren. Ihn bestrafen. Aber das werden wir nicht zulassen. Damit das klar ist, wenn was schief läuft, hat es euch nie gegeben. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Call of Duty Black Ops 3. Ich bin der Saib und... Ich hoffe, wir werden zusammen viel Spaß haben. Und das sieht schon ziemlich vielversprechend aus. Okay, jetzt du. Okay, wir sitzen anscheinend in einem Kontrollzentrum. Oh, wow. Alles klar. Alles klar, wir sind hier irgendwo in einer Basis. Weiter zum Paket. Schnappt ihn euch, bevor ihr austragt. Oder schnelleres. Okay. Sehen uns beim Treffpunkt. Verstanden. Was haben wir hier? Sollten wir in diesen Uniformen vorbeikönnen. Solange wir mitten in meinem Haus, dann halt einfach die Klack. Die Sicherheitsstation liegt auf dem Weg in den Tunneln. Dort können wir den genauen Standort des Ministers bestimmen. Köpfe und Waffen runter. Bleib cool, bis wir ihn haben. Alles klar. Aber wir gucken erstmal hier nach, ob hier nicht noch irgendwas zum Einsammeln liegt. Das würde ich echt gerne auch sofort hier beim Zocken machen. Auch wenn das ein bisschen stockt. Dass alles hier ein bisschen auffällt. Den Spielflow aber muss sein. Hä, in was für einer Basis waren wir denn jetzt hier in einer feindlichen, in einer verbündeten? Weil da waren ja anscheinend Gegner im, äh, am Terminal. Okay, wir sind bei den Feinden. Alles klar. Der, der ist jetzt hier in der Feinden. Die reagieren anscheinend nicht. Bisschen eigenartig, dass wir hier nicht gesehen werden. Taylor, sind an der Sicherheitsstation. Werden sie kontrollieren. Verstanden, Hendrix. Und so nebenbei. Ich spiele hier auf der PS4. Okay, los geht's. Der Typ sieht komischerweise fast so aus wie ich. Also meinen Charakter, den muss man vorher noch einstellen. Auch nice. Muss ich hier was hacken? Okay, das machen wir dann auch mal. Nichts einfacheres als das hier mit den 5000 Tasten. Aha, Verhörungsraum, niemand anwesend. Arme Schweine. Das NRC ist für seine Brutalität bekannt. Ach so scheiße. Taylor. Wusstest du von den anderen Gefangenen? Der Minister hat oberste Priorität. Verstanden. Überprüft den nächsten. Mies, dann werden die ja alle zurückgelassen. Wir haben unsere Befehle. Ja, die holen wir auf jeden Fall raus. Kein Treffer. Das ist er. Der Minister. Alles klar. Können wir hier weg? Nee, wir müssen uns das noch angucken. Er wird verlegt. Wir müssen rauskriegen, wo sie ihn hinbringen. Ja. Hier durch. Dann wahrscheinlich hier hin. Jo. Okay, der wird jetzt verhört. Sind unterwegs. Ankunft? Zwei Minuten. Ich wusste gar nicht, dass Messi hier mit dem Spiel ist. Sieht das aus? Ja, doch nicht. Okay. Wie die Stimme der Erfahrung persönlich. Glaub mir. Die bin ich. Endlich dürfen wir auch mal ein bisschen rumballern. Okay. Also den Multiplayer habe ich schon gezockt. Aber nicht die Story. Also das ist alles komplett neu für mich. Ich habe das auch vorher noch nicht angetestet. Und ja, bis jetzt sieht das ganz spannend aus. Ja, mit Shotguns hier streuche ich hier. Strolch. Da lebt noch jemand. Boah, der brennt da. Okay, jetzt merkt man auf jeden Fall, dass das Spiel ankert ist. Gute Nacht. Hä, warum haben die alle weibliche Stimmen? So. Nice. Okay, hier sollen wir vorstoßen. Das hat immer Spaß gemacht, auch in den vorherigen Teilen. Gehen wir da jetzt schön in Zeitlupe rein? Nee, leider nicht. Verhörer mit dem Rücken zur Tür. Zwei Wachen drin. Nicht aufmerksam. Auf mein Zeichen. Drei. Zwei. Los. Okay, nice. Tun Sie, was ich sage, dann schaffen Sie es. Was ist mit Khalil und den anderen? Sorry, keine Zeit. Khalil war ein Held des Kairo-Aufstands. Sie wissen, wie wertvoll er für ihre Propaganda ist. Sie wollen ein Exempel statuieren. Fuck. Okay, gehen wir. Los geht's. Also anscheinend holen wir doch mehr Leute raus. Das finde ich auf jeden Fall gut. Öffne die Tür. Gebe Deckung. Finde ich auf jeden Fall gut. Okay. Weil Leute zurücklassen, besonders wenn die gequält werden, ist nicht so eine nice Sache. Okay, gut. Er wird befreit. Haben wir uns zum Einsammeln hier. Nee. Minister. Khalil. Hendrix. Können Sie kämpfen, Khalil? Immer. Wir nehmen eine Waffe aus dem Schrank da vorne und programmieren sie auf die Biometrie. Alles klar. Habe ich verstanden. Programmieren auf die Biometrie. Uh. Ganz schön eklige Foltersache. Auftrag war, den Minister zu befreien. Sein Name ist Lieutenant Khalil. Schon mal gehört? Los jetzt. Wir sehen uns oben. Das Depot da vorne ist schwer bewacht. Macht euch bereit. Okay. Los geht's. Also, Granate und einmal flaschen. Kann ich hier irgendwo durch. Dankeschön. So, Vorrücken. Wir sind ja anscheinend in so einer unterirdischen Folterstation. Und das alles sofort hier am Airport. Ach ja, so nebenbei. Ich spiele im Schwierigkeitsgrad normal. So, wie es auch von den Entwicklern gedacht ist. Ja, da kann man sich hier unter. Oh, das wird gerade grenzlig. So nice. Von wo hinten nehme ich die ganze Zeit? Da ist der letzte. Okay, die KI lässt wieder ein bisschen zu wünschen übrig. Da können wir nicht lang. Kein Easter Egg. Aber hier geht's weiter. Okay. Alle rein. Und los geht's. Darf ich drücken? Okay, doch nicht. Die habe ich ja gar nicht gesehen. Die gerade vorhin oben. Warum dürfen wir nicht die Waffe ziehen? Uh, was für eine Spezialanheit hier. Hendricks. Und das hier ist... Das ist vorbei. Schade. Frisches Blut? Kümmerst du dich so gut drum wie um mich? Alles klar. Die kennen sich. Also das sind so halbe Roboter anscheinend. Wie man schon in den Trailern sehen konnte. Und, ähm... Die kennen sich auf jeden Fall schon. Vielleicht haben die... Eine nicht so... Nicht so gute Vergangenheit. Und haben schon was erlebt. Deswegen... Klang ist ein bisschen brenzlig. So. Jetzt geht's hier rein. Alles klar. Okay. Wohin geht's denn hier? Jetzt bin ich hier runtergefallen. Nein. Das erste Mal gestorben. Scheiße. Okay. Das war jetzt nicht so geplant. Aber da bin ich leider vom Flugzeug gefallen. Vielleicht sollten wir hier doch ein bisschen genauer... ...aufräumen. Okay. Das ist einer von uns. Lieber nicht drauf schießen. Guck mal, die werden auch schon von so komischen Fliegendingern gekillt. Rückzug, Rückzug, neu von mir! Hallo, da ist ja noch einer oben. Nice. Was gibt's hier denn so zum Einsammeln? Munition, alles klar, nehmen wir gerne mit. Nehmen wir gerne mit. Nimmst du das mit? Okay, danke. So, weiter geht's, Leute. Unsere Waffen sind nutzlos gegen den Transporter. Wir müssen dieses VTOL abschießen. Zieht auf die Raketen. Wow, nice. So, gehen wir mal lieber hier rum. So, und... Munition und Granaten schmeißen, das macht immer Spaß. Man kann hier in dem Kampagnen-Modus, also in der Story kann man leveln. Also das ist auch... Seit dem letzten Teil lieber nicht drauf schießen. Seit dem letzten Teil wurde das, glaube ich, hier ein bisschen ausgebaut. Man sieht, dass es ankert. Auch wenn das gerade nicht so schön animiert aussieht. Okay. Äh, ja, auch wir müssen hier rein. Versuch mitzuhalten. LoL. What the fuck? Okay. Okay, wir müssen uns hier jetzt ein bisschen durchkämpfen, zack. Ich habe vor, in jeder Folge eine Mission zu machen. Das heißt, wie lange die Folge werden, das liegt halt an den Missionen. Und, ja, ich finde, das ist eine gute Idee. Bisschen geiler. In dem Spielfluss. Ich muss ein bisschen re... bisschen regen. So. Okay, warte, was sind die Missionsziele? Entkommen sie über die Brücke, alles klar, aber wie soll ich da bitte hinkommen? Bereit halten. Wir sind hier fast raus. Wir müssen sich so zeigen. Bringt sie zurück. Hier, holt es aber noch. Wer ist denn hier? Vor sich, raus da. Bleibt sie zurück. Verstärkung. Auf der Brücke. Was ist der Plan? Ah, Mist. Namen weh. Brücke spreng. Geht zur sekundären Extraktion. So, so, okay. Wir müssen jetzt da rüber. Die Brücke, die... Oh, die wurde gesprengt. Alles klar. Die müssen hier rein. Leif auf die Elektrik des Gebäudes zu. Achtung. Viele Feinde im Kommunikationsraum. So. Licht aus. Was? Sollen wir jetzt dem Dunkeln kämpfen? So was ähnliches. Sende die Taktik Daten an den Hut. So. Okay. Denk dran. Sie haben keine Nachtsicht. Das ist ja mal nice, aber richtig. Deaktiviere das Taktikbild. Was jetzt? Das Vitor setzt uns fest. Okay, ist das jetzt von den Gegnern? Oh, leider. Okay. Ach so. In dem Sinne, der Gott. Da kommen immer mehr nach. Immer mehr. Oh, what the fuck. Okay, das war mies. Die miesen Entwickler. Da haben die mich gekriegt. So. Aber weiter geht's. Und die können ja noch nicht so rumjumpen. Okay. Okay. Das bildest du dir einmal, Reti. Dein zuckender Finger steckt deine Ohren an. Hey. Leck mich. Schnauzel. Ich höre es auch. Hier. Heilige Scheiße. Kontakt. Kontakt. NRC-Stumm-Roboter näher sich. Ziemlich viele sogar. Wir müssen die Tür öffnen jetzt. Geht loszüchstum. Oh shit. Wir sind zu der Saktion. Wir kümmern uns um die Roboter. Ja, paar haben wir gekriegt. Ich glaube, es gibt eine lockernde Trophäe, wenn ich alle bekommen hätte. Du könntest die anderen, die Geiseln, befreien. Wir haben keine Priorität. Vielleicht nicht, aber es sind immer noch Menschen. Verdammt. Oder hast du dich so verändert, dass du nicht mehr weißt, wie sich das anfühlt? Okay, Planänderung. Hendrix, dein Team bringt den Minister zur Extraktion. Wir gehen zurück und holen die Geiseln. Mehr Roboter. Ach, keine Sorge deswegen. Wir sind dafür ausgerüstet. Los, verschwindet hier! Alles klar, da gibt es schon leichte Raufereien zwischen Roboter und... Ich bin am Steuer. Geh ans Geschütz. Roboter und den, ähm... Ja, ich würde mal sagen, normalen Menschen. So. Ja, die Krefelder kommen. Was ist das denn für ein Geschütz? So, den gönnen wir uns auch noch. Wow. Wow. Ja, da sind noch ein paar komische Roboter-Einheiten. Ey, was war das nochmal für ein Land, wo wir gerade sind? Ja, du Scheißteil. Halte sie zurück. Dieses Miststück gibt doch nicht den Geist auf. Haben die nicht am Anfang gesagt, wir sind hier in Ägypten? Ah, ne, der Premierminister von Ägypten, wa? So, dann war das. So, boah, immer noch nicht entkommen. Okay. Hol, what the fuck? Okay. also wenigstens sind wir schon mal heraus und da werden wir auch schon abgeholt die kleben uns ja richtig am marsch ach das ist so unfair warum konnte ich ja nicht rein sind sie okay können sie laufen bin okay bin okay bitte bringen sie mich nur gegen mann wir werden richtig überrannt und von oben schießen die noch mann wie sind wir hier gelandet da kommt noch ein roboter scheiße schnell niemand stört sieht aber ein bisschen anders aus ach du scheiße und er nicht noch die beine oh mein gott mein gott ok das war eklig aber wir werden gerettet von robocop ok das war ein bisschen blutige angelegenheit aber das war es dann auch schon mit der ersten mission und wir kriegen hier einige sachen ep fertigungskit aha outfit fertigungskit termit irgendwelche waffen aha die keinen die kennen wir aus dem multiplayer uh eine visitenkarte eine waffe eine waffe noch ein waffenaufsatz noch eine noch eine noch eine noch eine ok fertigungskit und reichlich ep level 2 schaffen wir auch noch level 3 ja klar das ist drin wie sieht es aus mit level 4 ach fast ok punkte einige boah in dieser runde allein schon 119 191 abschlüsse wow lahm gelegt oh ja zweimal bin ich hier abgeschmiert sammelstücke äh was ist denn das da in der mütze ok aber was ist das denn da wer weiß wer weiß und hier haben wir so komische sachen ok was passiert wenn wir da drauf drücken schwarzer bildschirm so das war es dann mit der ersten folge wir sehen uns dann beim nächsten mal haut rein und ciao